Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt... Wenn der Punkt... der blinkt jetzt wie Play. Ja, die macht... Ja, 2.0 Uhr. Ich bin gerade schon klein, halb. 70er. Haben wir Release. Jetzt haben wir den 2.0 Uhr freigemacht, wieder reingemacht. Wie soll ich sagen? Es ist unglaublich. Wir scheinen das Nest gefunden zu haben hier. Der Kesha steht schon bereit. Und... Ja, schauen wir mal. Das Ganze auf einem 60 cm langer City. Am Wuhle-Buhle-Kopf. Direkt natürlich. Und ich möchte euch jetzt weiter im Mars sagen. So, bei den Grund dauernden sind wir hier. Der wird sicherlich... ... von einem Meter. Das wird sicher... ... von einem Meter. Das ist... ... von einem Meter. ... von einem Meter. ... von einem Meter. ... von einem Meter.